Willkommen bei OptiStore. In diesem Video zeige ich, wie unsere Ausrichtfunktionen das Planen auf den Einlagen vereinfachen kann. Los geht's! Die erste Möglichkeit ist, bei einem vorhandenen eingeplanten Werkzeug oder anderen Objekt ganz einfach über den oberen schwarzen Punkt die Einlage zu drehen. Dabei gibt es drei verschiedene Stufen. Im innersten Kreis macht das Objekt 15 Grad-Schritte. In einem Kreis weiter außen sind es fünf Grad-Schritte und falls es sehr genau ausgerichtet werden muss, kann auch nach ganz außen gefahren werden, wo wirklich gradgenau das Werkzeug gedreht werden kann. Eine weitere Möglichkeit sind auch die Ausrichtfunktionen, die OptiStore mit sich bringt. Dazu können Sie mehrere Objekte markieren. In meinem Fall einfach alle Objekte markieren und dann im rechten Bereich über die Ausricht-Buttons auswählen. Ich möchte die nach unten ausrichten und dann in diesem Fall so eng wie möglich aneinander zusammenschieben. Alternativ gibt es auch die Funktion, dass Sie sagen, okay, ich habe diesen Platz und möchte den auch gleichmäßig entsprechend verplanen. Einfach zwei Objekte ganz außen einplanen. In diesem Fall das Rechteck hier ganz rechts und diese Zange hier ganz links. Wieder alle Objekte markieren und dann die Abstände ausrichten und schon gibt es eine gleichmäßige Aufteilung sämtlicher Konturen über den vordefinierten Abstand. Eine weitere Möglichkeit ist das optimale Ausrichten für selbst eingescannte Objekte. Dazu importiere ich eine Kontur und lege diese direkt auf die Einlage. Weil es oft nicht möglich ist, dass man beim Foto erstellen, bei der Aufnahme des Fotos genau darauf achten kann, dass die Konturen auch zu 100 Prozent gerade sind, gibt es später dann die Möglichkeit, diese optimal auszurichten. Dieser Stift hier an der zweiten linken Position kann hier dann mit dem Kompass automatisch gerade gestellt werden. Eine zusätzliche Planungshilfe, die OptiStore Web ebenfalls bietet, ist das Gitter-Raster. Zum einen kann am oberen Rand die Gittergröße definiert werden. Ich ändere das hier in diesem Fall auf 25x25 ab und die zweite Option ist hier unten, dass das Gitter dann auch wirklich aktiviert beziehungsweise deaktiviert wird. Sobald ich nun die Objekte verschiebe, springen diese in diesen 25er-Schritten und erlauben es mir so sehr einfach, alle Objekte in gleichmäßigem Abstand und in gleichmäßiger Position zu verteilen. Das sind die Ausrichtfunktionen in OptiStore Web. . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020